Mit Disziplin und Ausdauer erreichst du diese Woche viel. Für schwierige Detailarbeit ist die Zeit besonders günstig. Es geht nicht um große Sprünge, jedoch um ein stetiges Vorwärtskommen in kleinen Schritten. Besonders erfolgreich bist du, wenn du Arbeiten gründlich erledigst, ohne die sich vom eingeschlagenen Kurs abbringen zu lassen. Mit deiner freundlichen Art und deinem charmanten Auftreten machst du dich bei deinen Mitmenschen außerordentlich beliebt. Die Stimmung ist sogar hervorragend, dass du heikle Themen ansprechen kannst, ohne Angst haben zu müssen, Ärger zu provozieren. Im Gegenteil, du kannst Negatives aus der Welt schaffen. Diese Woche ist wirklich ein toller Zeitpunkt, um ein wichtiges Gespräch zu führen. Aber auch für Smalltalks geeignet. Du kannst deine Gedanken sehr gut in Worte fassen und dich deinen Mitmenschen mitteilen. Dies gilt sowohl für den Partner als auch für den Kollegen oder der Vorgesetzten. Nutze dir angenehme Stimmung, um einiges zu besprechen. Das war's. Bis zum nächsten Mal.